60 Sekunden Technik Neue Folge Heutiges Thema CS5 Überall hört man diesen Begriff CS5 Aber was bedeutet sich? Bedeutet dieser und was steckt hinter ihm? Der Begriff CS steht für Creative Suite Kommt natürlich aus dem Englischen In dieser Creative Suite, dies ist eine Software sind Programme wie Photoshop, InDesign, Illustrator, Fireworks, After Effects oder OnLocation drin welche vorwiegend von Mediengestaltern, Fotografen oder Entwicklern benutzen werden Das 5 steht für die Versionsnummer 5 welche jetzt ganz brandneu rauskam und viele Neuigkeiten dabei hat Hersteller dieser Suite ist Adobe Systems Die Creative Suite wird in Deutschland ab Mitte Mai verfügbar sein In den USA kann man sie bereits kaufen Auf Amazon kann man sie sich vorbestellen Die teuerste Version kostet aber mehrere tausend Euro Das hat sich dann gut auf dem nächsten Mal